Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil, Let's Retro, Megaman 3! Oh jee, ich ahne so Schlimmes, ich ahne so Grausames, ich ahne, oh jee, nochmal zwei Gegner aus Megaman 2. Oh, ich hab schon jetzt keinen Bock auf Quickman. Hallo, kommst du mal runter? Ja. Herr Rusch, oh es gibt wenigstens alles voll, wie geil ist das denn? Das war ja früher bei den letzten Stages ja nicht so. Oder kommen danach etwa noch mehr Wily Stages. Äh, what? Hä? Ah ja, mhm. Okay, gleich Laser auffüllen. Wahrscheinlich brauche ich den Rechnen. Bloß nicht zu speichern. Oh Gott. Was bist du? Finde ich da drauf? Aha. Oh Gottes Willen. Hä? Oh. Ich sehe, wo ihr mich hinhaben wollt. Oh Gott. Ihr wollt mich natürlich da drinnen sehen, aber... Oh Gott. Oh Gott. Spring doch einfach, Megaman, wenn ich es dir... Herr Knopfdruck? Befehle! Oh Gott. Ach, Möp. Ach, Möp. Ach, Möp. Ach, Möp. Ach du Scheiße. Flame Man. Magma Man. Flame Man. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Ach, hier. Metal Man. So hieß der Gute. Aber der war ja nicht... nicht so prinzipiell schwer. Den habe ich... aber bei den Robot Mastern eigentlich geschafft, ohne Schaden zu kriegen. Aber der hier wirft ja total random. Warum wirft der manchmal drei, manchmal zwei? Ne. Das muss ich nochmal machen. Aber der geht, der ist easy. Der ist nicht so schwer. Huhu, sage ich jetzt. Huhu. Hier eine drei wirft, muss ich zurück. Oh Gott, ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock auf Quick, man. Echt ohne Witz. Was mach ich denn jetzt hier? Ich verbrauch grad meine ganze Energie. Oh Gott. Oh Gott! Was wollt ihr von mir? Na ja, Ruckel. Oh Gott. Oh Gott, komm. Warum wusste ich das? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ich hasse das. Ich habe da echt noch keinen adäquaten Weg gefunden, vernünftig und schnell durchzukommen. Nehme ich mal. Okay. Nein! Gibt's doch nicht. Oh Gott. 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 Quick, man! Oh nein! Es war so klar! Oh Gott. Ohohohohohoho що... Ok, es wird eine lange Folge. Ehhhhhhhhh... 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 Was trifft dich denn? Nein, du nicht. Vielleicht das? Oh Gott. Nein, du auch nicht. Nein. Nein, du auch nicht. Hm, ich versuch's mal mit dem Top-Spin. Nein, du auch nicht. Ah ja, das ist doch mal. What the fuck? Lächerlich! Was denn das für ein Boss? Wie soll das denn gehen? Nein. Oh ja, genau. Warte mal. Was ist denn mit diesem... Shadowblades. Nein. Ja, super. Boah, what the fuck? Ey, das ist doch ein Witz, oder? Ja. Ey, ey, jetzt mal ohne, ohne Witz. Ja, das ist doch ein Witz. Ohne Witz, das ist ein Witz, oder? Ich mein, das können die doch nicht ernst meinen von Megaman. Hier die Leute, oder? Ich mein, da ist doch ein Witz. Ja, das war's. Ja, ja, oh Gott, Quick Man, ja, oh Gott, wie ich dich hasse, okay, wir sehen uns wieder zum nächsten Teil des Retro Mega Man 3, tschüss, oh.